Hallöchen und Willkommen zu einer weiteren neuen Runde Black Ops 3 Multiplayer zusammen noch mit mit Manu. Hi Leute und den Belly Boy. So, nächste Runde. Nächste Runde, neue Runde, jetzt müssen wir holen hier. Jetzt geht's wieder auf die Schnauze. Und ich kenne ihn bitte. Wow. Ah, fuck man, der hätte eigentlich sterben müssen. Na, da sind wieder die ganz coolen Leute. Und da ist er gelieft. Battery abgeschossen. Ruhe ausgeschaltet. Hä? Wie man einen treffen würde auf der Karte? Sind alle. Einfach schwimmen. Du gehst ein bisschen schwimmen? Ja, du siehst du. Nein! Der hat mich cool, der Arschloch. Machen wir jetzt. Sag mal, von drei Seiten kommen. Die wollten mir eigentlich verarschen. Achtung. Feindliche Drohne nähert sich. Da kann man nirgendswo hoch. Verbündete Konterdrohne nähert sich. Vorräte unterwegs. Manus, hast du die alle geholt? Ja. Verbündetes Raps Landeschiff unterwegs. Battery abgeschossen. Oh, fuck. Der hat's überlebt. Das ist ausgewählt. Mann, verfickte Scheiße. 5-4. Der muss besser werden. Ich fach, ich bin da noch hin. Ich muss einfach nur öfters wieder ein bisschen in den Multiplayer zocken. Ohne nähert sich. Ich auch. Ich auch. Konter Drohne nähert sich. Vorräte unterwegs. Jetzt kommt er her, hier. Holla, die Weitfee. Raps Landeschiff unterwegs. Oh, jetzt kommt nur einer von hinten in dem Moment. Ach, leck mich noch am Arsch, Mann. Verdammte Scheiße. Oh, ich hab mir SIS gekriegt. Yeah. Oh, Mann. Achtung. Feindliche Schwebeladung gesichtet. Kommen wir mal von hinten, die Leute. Ja. Eigentlich sowas, äh, ist eigentlich hier Spawn Trapping und sowas? Ist das hier gang und gäbe oder überhaupt erlaubt? Oder wie ist das? Ja, juckt auch keinen. Hier gibt es keine Regeln. Hier gibt es keine Regeln, ne? Selbst cheaten kannst du eigentlich. Also, was absolut Hammer ist, ist unter Wasser die Geräusche. Ja. Oh, das warst du. Hab ihn erledigt. Die Drohne nähert sich. Now sind die Gegner. Das war's für sie. Oh, Mann. Wenn sie, auf allen Dingen, wenn sie kommen, kommen sie immer gleich zu drinnen. Ja. Ja. Das war's für unter Wasser. Das war's für mich. Cool. Drohne nähert sich. Ich krieg's. Keine Kills. Wenn wir immer alle weg uns laufen, oder? Seid ausgeschlossen. Kontra Drohne nähert sich. Ja, wenigstens ist es super. Verbringte Vorräte näheren sich. Oh, Mann. Nein. Mann, die war so schön im Wasser. Sie will einen Sieg sehen. Konter Drohne nähert sich. Kannst du noch trinken überhaupt im Wasser? Ich hab keine Ahnung. Ja, scheiß Dingens hier, Granatwerfer. Leck mir im Arsch. Ah, wie er scheiße. Verbündeten ohne Nähert sich. Nein. Haben wir gewonnen? Haben wir wieder verloren. Ne, gewonnen. Ne, wir haben gewonnen. Manchmal war's so schlecht. Ist ja geil. Gut. Na ja, Leute. Wir werden's beim nächsten Mal wieder. Was hab ich denn? C, 11, 10. Na ja. Kann besser werden. Kriegen wir noch hin. Ja. 5, 12. Äh, ja. Die 24. Was machst du? Das ist egal. Ja, läuft. Muss auf jeden Fall noch ein bisschen hochleveln. Weil dann auf jeden Fall auf jeden Fall bessere machen. Kann man die ganzen Sachen besser einbasteln. Ja, auf jeden Fall. Ja, auf jeden Fall. Wir hoffentlich bei Instagram wieder. Auch noch ein bisschen. Tschudolu. Tschudolu.